hi ho und willkommen zurück meine lieben strategie spiel und zwergenfreunde zu empire wir sind wieder eben tauchen level nachdem ich das spiel die spielstadt geladen habe und wir wollen weiter tauchen verkloppen mit vier squads wird dürfte rausreichen das ist gerade etwas laut ich glaube ich drehe mal kurz in den optionen die effekt laut stärke noch etwas runter wenn du das elixierte ungeheuerlichkeit und ja das ist wahrscheinlich nicht da drin da ist nur schätze drin ok einfallende helden da kommen sie ein paar zwerge es ist eigentlich weniger ein problem sein genau sie sind schon tot und werden die material so ok gucken wir mal einen squat den wir kurz losschicken können diese waffen lieferung zu holen damit die super heftig werden schicken wir einfach bei squad 1 los so squad 1 ist unterwegs und hier ist wirklich niemand warum ist der squads dann noch da nur halb tot komm schon bade du mal hierhin du hilfst bei kurz beim heilen die würde ich einfach absolutieren lassen doch nicht viel wirklich gebracht hier geht mal essen hier oben in die küche und dann porten würden können wir euch gleich wieder mit rein porten so werden genug gold für einen letzten truppen für den trupp hätte ich auf jeden fall gern noch einen taurus natürlich einen schamanen und was haben wir hier so doch über ja also ein taurus ach packen wir doch den berserker und den sperr mit dazu rein und den schamanen und ihr geht dabei trainieren dann schicken wir sie mal in die pyramide von häuptling red bull wehe das ist jetzt ein tauche mit flügeln oder so so da oben werden wir wahrscheinlich das die ganz schön geräumt aus für die pyramide die ganz schön geräumt aus für die pyramide you have a new objective yeah that's the entrance all right but there's only no end the precautions taken to guard the cellar door some kind of color combination lock if my eyes don't deceive me i'll read you the clues and when you have it figured out just pull those levers until the correct color code is displayed here we go blue is to the leftish of red but not in the middle red is not nextish to green but is leftish nextish to yellow yellow is neither first nor lastish purple is nextish to only one torch the blue one green is somewhere rightish of red i mean reddish äh ja danke und jetzt wo kann ich das nochmal nachlesen ah also blau schneeflock ist links von rotflamme aber nicht in der mitte also lila ist nur neben einer fackel der blauen schneeflock also ich hoffe mal die meinen jetzt links von der sichtweise aus das heißt schneeflock ist links von rot ist aber nicht in der mitte also lila ist nur neben blau wenn also blau schneeflock hier ist und und blau links von rot ist und kann lila also rot und kann lila nur hier ist sind noch alle da denn ja das ist gut weil irgendwas hat mich gerade rausgeschmissen ich guck mal kurz einen Moment ok entschuldigung dafür ich hoffe dass das spiel jetzt nicht zu böse unterbrochen gut jetzt gucken wir nochmal das rätsel blau ist links von rot gelb kommt weder an erster noch an letzter stelle grün ist irgendwo rechts von rot also ich schätze mal wo ist baal äh bali da ist baal ich schätze mal die schneeflock gehört dahin dann brauchen wir den schmetterling schmetterling es ist getan kein dank an dich flamme muss ich noch mehr heranzummen dass ich den schmetterling erkenne ja schmetterling ok dann brauchen wir hier rot das ist das grüne blatt activation complete ist links neben der ist nicht neben rot aber links neben gelb auf hehehe ja gut das könnte soweit stimmen was habe ich jetzt gerade gelb sonne habe ich tat gelb sonne kommt wieder an erster noch an letzter stelle lila ist klar blau grün ist irgendwo rechts von rot äh ok das könnte probleme bereiten also bleib schon mal nicht in der mitte blau muss entweder hier oder hier sein so da blau allerdings links von rot ist also gut lila kann schon mal nur hier oder hier sein und blau muss an lila grenzen also muss blau hier oder hier sein da blau allerdings laute rätsel links von rot sein muss also entweder also entweder hier oder hier bleibt nur hier für blau bei blau nicht in der mitte sein darf weil wenn hier lila wäre 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 hier blau und blau muss ja so einigermaßen rot flamme ist nicht neben grün blatt aber links neben gabes sonne das heißt hier muss rot hin da muss dann gibt die sonne hin wieder einfallen der helden naja komm ich hab doch irgendwo was geworfen naja die sterben eh hier ganz langsam genau und ich glaube da die fallen da drüben er benutzt werden sollte ich vielleicht hier ein bisschen mehr zug leistern so gut zurück zum rätsel also rot ähm das blatt grün ist nicht neben rot blatt ist irgendwo rechts von rot also ist blatt wahrscheinlich hier und hier muss die sonne hin genau hat doch geklappt war gar nicht so schwer hust hust hallo tauben wieder tauben das war alles da hinten der ist gut aufgehoben oh trupp 1 hat Verluste wow und der Militaur sieht böse aus nebenbei der truppe ist noch gar nicht richtig abgegradet 1 zieht sich mal hier hin zurück die kriegen gleich mal einen neuen Priester und einen Schreckensfürsten von mir gestiftet so ich hab mal wieder glaube ich so viele Pilze so welcher Squad sieht am besten aus Squad 2 äh das bist du dann geht ihr mal da rein wow ein Ort voller Gift okay ach so das ist ein massenteleporter oder was und ich hab mein Squad wieder gut so ihr beide mal da rein dann geht ihr trainieren und das da wird wohl Häuptling Red Bull sein äh mit Zwinge Red Bull im Zweikampf ja wenn es weiter nichts ist mit Zwinge Red Bull im Zweikampf ich bin hier 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 äh Ähm, warum zur Hölle? Toll. Was zur Hölle war das? Ich glaube, ich muss für Bale ein paar Tränke vorbereiten, kann das sein? Ah, Tränke kann ich noch gar nicht. Dann sollte ich sie jetzt mal am besten freischalten. So. Kampföl und ein Heilbalsam. So, wird beides langsam hergestellt. Meine Truppen sind ziemlich zerbombt. Squad 1 ist nicht mal richtig ausgerüstet. So. 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 So.